Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei der Pokémon Blattgrünen Edition. Wir haben in der letzten Folge in Saffronia gesehen, dass das von Team Rocket überrannt wurde und haben dort ein Kampf-Pokémon bekommen, eine Hommage an Josef, den wir in drei Jahren gehabt haben werden. Und ja, dann sind wir hier auf den Geisterturm geklettert, haben die Seele von Tragossos Mutter besänftigt und versuchen jetzt noch das Team Rocket kalt zu machen. Was willst du? Warum bist du hier? Und ich muss langsam echt aufhören mit dieser Stimme. Und ich habe vergessen, eine Sache noch zu erwähnen. Falls ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, habt ihr folgendes gesehen. Krötibert ist jetzt ein Tourtalk. Und damit nicht nur A, unser stärkstes Pokémon, sondern auch mal eins der Pokémon, die sich ohne irgendwelche Spezialitäten bis zum Ende entwickeln. Äh, ziemlich interessant das Ganze, dass das das einzige Pokémon im ganzen Team ist, was keine spezielle Entwicklung hat. Weil, Vulpix braucht einen Stein. Nidorina braucht da einen Stein. Ultriaria braucht einen Stein. Kadabra mussten wir tauschen. Auch wenn ihr das ja nicht gesehen habt, weil ich es auf dem Handy machen musste, aber dennoch ist es ja so passiert. Und unser letztes Teammitglied, was wir bisher noch nicht haben, besitzt keine Entwicklung. Und deswegen ist Krötibert wirklich das einzige Pokémon, was sich ausschließlich durch Level Up entwickelt. Und das ist irgendwie seltsam, der Gedanke daran, finde ich. Na gut. Ich gebe auf. Finde ich gut so. Das werde ich dir nie verzeihen. Ja, hau ab. Ist mir egal, ob du mir das verzeihst oder nicht. So, wir schnappen uns Lindoqueen. Und haben noch die anderen beiden Rüpel. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Eigentlich nicht, nein. Nein? M-m. Nicht wirklich. Ich glaube, du willst deine Meinung wahrscheinlich selber nicht hören. Na Smogon, wie geht's so? Was machen wir am besten hier mit dir? Du wirst nämlich einen Angriff auf jeden Fall überleben. Jaja, guck mal. Sogar recht gut überleben. Nicht mal ein Megakick hätte das irgendwie. Ach, okay. Ein Finale. Ja, ist in Ordnung. Mit Volltreffer. Ach, mit Volltreffer. Ernsthaft? Sowas Sinnloses. Die schönen Erfahrungspunkte. Die schönen Erfahrungspunkte. Die jetzt keiner kriegt. Sowas Sinnlos. Ich bin so froh, dass ich keine Nasslock-Challenge spiele. Das wäre jetzt echt... Tromato. For real. Naja, wir machen das schon irgendwie mit Gold Ranch. Ja, guck mal. Hier kommt auch mein Volltreffer. Ja, das wäre jetzt echt bitter gewesen, wenn dadurch jetzt Lindoqueen ausgeschaltet worden wäre. Bitte, lass mich in Ruhe. Ja, ich lass dich in Ruhe. Du hast mir nie Lindoqueen gekillt. Pokémon sind nur zum Geldverdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten raus. Halte du dich doch mal aus meinen Angelegenheiten raus. Denkst du, ich will die ganze Zeit gegen euch Deppen kämpfen? Ich kann mir auch Schöneres vorstellen. Du wirst niemanden retten. Ich will den alten Mann hier retten. Ich will nämlich wissen, ob der irgendwas gewonnen hat bei seinen komischen Preishausschreiben, die er die ganze Zeit macht. Los, Nagi, du bist dran. Hier, ein bisschen Zerschneider. So sieht das gut aus. Ich fass es nicht. Ey, Finale mit Volltreffer. Sowas Sinnloses. Deswegen ein Pokémon zu verlieren. Naja, ist egal. Wir haben nur noch zwei Pokémon übrig. Die sollten auch nicht mehr allzu viel aushalten. Ja, ein Radfratz. Guckt mal. Das kriegt ihr auch wieder ein bisschen Säure um die Ohren gepfiffen. Dann war's das mit Radfratz auch. Ciao. Und last but not least, ein Radikal. Na, du kriegst auch ein bisschen Säure um die Ohren. Prost Mahlzeit. Ach, du überlebst das. Na gut. Dann triffst du uns nicht mit Grimasse und dann nehme ich eine Ranke und klatsch dich um und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Legt dich nicht mit einem Team Rocket an. Doch, tue ich. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Bin ich schon. Danke der Nachfrage. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Tragossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knogger sollte nun in die ewigen Jagdründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorgen um mich. Folge mir in dem Pokémon-Club am Fuße dieses Turms. Ja, moin. Oliver, du kannst dein Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Die Pokéflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Das ist gut zu wissen. So, wir schnappen uns das Radl. Und sind damit auch in Lavandia fertig. Ja, und jetzt hätten wir folgende Möglichkeiten. Entweder wir gehen bei Lavandia in den Süden auf die Route. Oder wir gehen im Westen von Prismania auf den Fahrradweg. Und ich entscheide mich für den Fahrradweg aus dem einfachen Grund, dass der wesentlich schneller gehen sollte. Den könnten wir vielleicht, je nachdem, wie stark die Gegner sich da uns entgegenwerfen werden, wie gut ich meine Pokémon auswähle, werden wir das heute wahrscheinlich sogar noch schaffen. Ach ja, und je nachdem, wie lange es dauert, eins der schlafende Pokémon zu fangen, Schrägstrich zu besiegen, ist immer ein bisschen schwierig. Vor allem, weil das, was ich mir gerade im Kopf überlegt habe, wahrscheinlich gar nicht so klug sein wird. Äh, naja. Wir machen das schon. Puldona kann ich jedenfalls vergessen. Wurscht. Hi, Relaxo. Na du? Hm, ich mach mal das hier. Davon kriegt ihr nichts mit, aber ist besser so. Die Pokéflöte spielen. Ah, wundervoll, oder? Einfach malerisch. Relaxos aufgewacht, ist brummig und greift verschlafen an. Also ich wäre auch brummig, wenn ich aufgeweckt werden würde. Ganz ehrlich, da hätte ich auch absolut keine Lust drauf. Los, Snaggy. Du bist dran. Ich weiß, ich habe mir das eigentlich extra hier wegen der Stachelspore so überlegt, und dann kam mein zweiter Einfall. Fuck it, wenn das Relaxo Erholung macht, ist schon wieder vorbei mit der klugen Stachelspore-Idee. Ja, deswegen versuche ich einfach mal ein paar Bälle zu schmeißen. Neun Stück haben wir nur. Vielleicht reicht es, vielleicht reicht es nicht. Wir werden es sehen. Falls es nicht reicht, ist es mir auch wurscht. Du pennst nicht, Kollege. Ne, aber jetzt hat er schon mal was abgezogen bekommen. Das ist ganz gut. Dann kann er jetzt jederzeit Erholung einsetzen. Dann würde die Maronbeere kommen. Ja, guck mal. Erholung, Schlaf. Maronbeere. So, Stachelspore. Und dann sind wir wieder in der Ausgangssituation. Nur mit der kleinen Prämisse, dass Relaxo kein Item mehr trägt. Nehmen wir noch ein bisschen Säure ins Gesicht. Und dann schmeiße ich wieder Bälle auf dich. Ich weiß, es ist eigentlich recht gefährlich wegen Schnarcher, wenn es schläft, aber... Das wird schon. Ich habe ja eigentlich insgeheim gehofft, dass Säure so ein bisschen die Spezialverteilung nach unten killt, aber... Ja, so wird das gleich gar nichts. Ja, wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Das ist mir dann auch wurscht. Wir haben ja noch ein zweites. Das werde ich dann offscreen fangen. Einfach damit wir ein Relaxo haben. Angewiesen drauf sind wir ja nicht. Da kommt die Erholung. Relaxo pennt. Ja, erhol dich nur. Du kriegst erstmal wieder eine Säure ab. Oh, mit Volltreffer. Das ist in Ordnung. Relaxo schläft, aber benutzt wahrscheinlich Schnarcher, oder? Ne, du benutzt keinen Schnarcher. Du bist aber dumm. Also... Relaxo, du bräuchst eindeutig einen Trainer, weil alleine kriegst du scheinbar nichts auf die Reihe. Benutzt Schnarcher, wenn du wach bist, und benutzt keinen Schnarcher, wenn er schläft. Komischer Vogel. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ja, ja. Ja, ja. So, du bist aufgewacht. Setz direkt wieder Erholung ein. Ja, setzt du nur Erholung ein. Wir hitten dich wieder so ein bisschen an. Ich sag doch, je nachdem, wie lange das hier mit Relaxo dauert. Das kann ja manchmal sich ganz schön ziehen mit diesen Viechern. Und wie ihr seht, bringt das hier uns auch wahrscheinlich eher keinen Erfolg. Wäre zu schön gewesen. Aber einen letzten Ball haben wir ja noch. Und danach werden wir rabiat. Also, bleib lieber am Ball, sonst klopfe ich dich... Ja, jetzt habe ich mich auf die Lippe gebissen. Okay, Relaxo möchte umgeklopft werden. Ah nein, jetzt beginnt Relaxo über das Klopfen. Ich verstehe. So spielt er also. Ach, du benutzt wieder Erholung. Komm, ich nutze jetzt die Chance und Switch. Da machen wir mal ein bisschen mehr Damage, als Snaggy durchführen könnte. So, Psychogenese. Auch das ist gar nicht mal so stark. So, Psych-Strahl. Ah, mit Volltreffer, naja, gut. Bitte keine Erholung. Ganner, okay. Ja, mach Gold Ranch ruhig schläfrig. Du bist jetzt eh besiegt. Pech gehabt. Sollte nicht sein. Wir haben es probiert. Aber ohne Bälle ist es schwierig, was zu fangen. Aber Gold Ranch wird Level 36 und ist damit mit unserem Kröti-Berd auf einem Level. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es gähnt und läuft in die Berge zurück. Guti. So, Bailey ist als nächstes dran mit Training. Hier auf dem Fahrradweg. Und was sind wir hier? Ein langer Weg über das Wasser. Ja, wahrscheinlich Route 12, 13, 14, 15. Ja. Der Radweg ist eine abschüssige Küstenstraße mit herrlichem Streckenfall auf. Gut, wenn du meinst. Moin, Leute. Ihr seid ganz schön viele hier oben, ne? Route 16. Prismania City, Fuchsania City. Aber erstmal die ganzen Radfahrer hier. Ich bin furchtbar gemein und erfolgsüchtig. Herzlichen Glückwunsch. Volker. Aber ihr seht, hier nimmt jetzt wirklich das Level mal einen steilen Aufstieg. Wenn ich bedenke, dass wir gerade noch so Level 22 Nebulax bekämpft haben. Und jetzt sind wir schon bei Level 29. Also, das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Ich meine, wir sind zwar immer noch vom Level gut drüber. Also, nichts, worüber man sich sonderlich Sorgen machen müsste. Aber dennoch... Der Anstieg ist nicht zu übersehen. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Na, Wilfried, mach dir Platz. Dankeschön. Das ist aber freundlich von dir, dass du mir Platz machen möchtest. Trutz. Was ist denn das für ein Name? Trutz. Na komm, Bailey. Mach Flammenwurf. Ich hoffe, unser Wuffelchen frisst dich irgendeine Chili und macht dann heute selber Flammenwurf. So, Ruckzucki. Ende mit dir. Ciao, Smogmog. Ah, was kommt noch? Ein Smoggon. Okay. Smog on the water. Kennt man ja wahrscheinlich. Ciao, Smoggon. Und last but not least wahrscheinlich noch ein weiteres Smogmog. Lass mich raten. Ja. Nicht besonders überraschend. Was Bailey nochmal Flammenwurf. So muss es sein. Ah, 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 könnte. Könnte eventuell. Ah, ich hoffe, wir werden nicht vergiftet. Ah, ah, ah. Hey, wunderbar. Super gemacht, Bailey. Level 35. Halb mit müssen im Wahnsinn. Entschuldigung. Hi, Nummer 3. Hey, du hast mich angerempelt. Hab ich gar nicht. Ich bin eigentlich direkt an dir vorbeigefahren. Noch eins, Mockmock. So. Komm, Baileychen, mach Flammenwurf. Vielleicht mit Volltreffer, dann ist es direkt weg. Ja, schade. Ach, jetzt kommt die Vergiftung. Hurra. Ja, ja, Bailey wurde durch das Gift verletzt. Ich weiß. Komm hier, mach das Mockmock. Echt jetzt? Wirklich? Also so wie ernsthaft? Wow. Wow. Rumpelt überrumpelt. Ja, du hättest fast Bailey überrumpelt. Das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut. X-Treffer brauchen wir nicht. Habe ich überhaupt sowas wie... Doch, Gegengift hier oben. Dann renne ich jetzt nicht extra zurück zum Poké Center. Einmal das. Einmal... Na, wo ist das? Einmal das. Und damit sind wir wieder glücklich. Was willst du? Euch bekämpfen und dann den Radweg hier runterfahren. Eduard. Hi, Slimer. Guck mal. Guck mal, mein frisch aufgefülltes Bailey. Ja. Ja, ja, ja. Oh, hat gereicht. Hurra. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und ein Smogon. Ja, hier merkt man, dass er der erste von den sechs Trainern ist. Wobei der sechste war jetzt auch nicht viel stärker mit Menki und Macholo, aber... Der hier hat halt wirklich noch nicht so viel drauf. Naja, ja, nicht zu lachen. Ich lach doch gar nicht. So. Lass uns spielen, Ladenfuß. Wie willst du denn spielen? Brutzel das Menki? Ist das ein gutes Spiel? Das ist mir gerade so eingefallen. Ich finde es ein schönes Spiel. Brutzel das Menki ist... Macht immer wieder Spaß. Ist gut für die ganze Familie. Ja. Ich bin nicht auch ziemlich gut drin. Zumindest, wenn ich zusammen mit meiner Bailey in einem Team spielen darf. So, Brutzel das Macholo. So ist die zweite Runde. Okay, ich verstehe. Auch ein gutes Spiel. Muss man halt auch Bock drauf haben, aber... Hast du ja scheinbar. Du kleine Ratte. Ich bin keine kleine Ratte. Du hast die Spiele vorgeschlagen. Du besitzt dein schönes Fahrrad. Her damit. Was willst du denn mit meinem Fahrrad? Du hast doch ein Moped. Das sieht eindeutig aus wie ein Moped. Oder sogar ein Motorrad. Ich wüsste nicht, wozu du dein Fahrrad brauchst, aber... Wahrscheinlich werde nur ich angekackt, wenn ich kein Fahrrad mehr habe von der Fahrradwegwache. Weil mir hier ja nur mit Fahrrad draufkommt. Na gut. Bailey Level 36. Das finde ich supi. Dann hat Bailey ihre Level eigentlich schon gemacht. Dann müssen wir mal gucken, dass Lindo Queen ihre Level jetzt noch macht. Ich sollte ja eigentlich gegen die Team Rocketviecher kämpfen, aber... Naja, was nicht sein soll, soll nicht sein. Dann macht sie das halt hier. Na, Lindo Queen. So. Hier die 34. Und als nächstes noch einmal Hollow. Vielleicht kriegt das ja sogar einen Mega-Kick ab. Vielleicht treffen wir damit. Yes. So sieht's gut aus. Reichen tut's trotzdem nicht. Schade. Na komm, noch ein Body Slam. Und weg mit dir. Okay. Die ersten sind damit schon erledigt. Ha-oh. Die ersten sechs Leute hier auf dem Radweg haben wir geschafft. Das heißt, wir nehmen Lindo Queen. Snaggy ist halt so ein Problem. Wenn ich sehen könnte, wer hier Glatzkopf ist, wer Radfahrer ist, könnte ich einfach sagen, okay, hier benutze ich Snaggy, das sind nur Kampf-Pokémon. Hier benutze ich was anderes, das sind Gift-Pokémon. Aber so muss ich halt immer raten. Was willst du, Tröte? Ich will tröten. Was macht eine Tröte sonst anderes als tröten? Hast du die Frage selbst nie gestellt, wie mir scheint. So, guck mal. Hier einmal Body Slam. Was nicht ansatzweise reicht, aber paralysiert. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt können wir, ja, erkannt werden. Toll. Das ist aber super, erkannt zu werden. Ich bin ja richtig berühmt hier. So, ein Machu Mai. Okay, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, bleib einfach da, oder wir tauschen mal eben auf Snaggy. Aber Machu Mai ist halt natürlich schon gleich eine andere Hausnummer. Dass wir da doch mal den Typenvorteil ausnutzen werden. Kapau. Ciao, Machu Mai. Du du. Ciao, Kaspar. Ho, ho. Der Weihnachtsmann. Gehst du nach Fuchsania City? Hm, ja, durchaus. Durchaus, durchaus. Wieso fragst du, Sultan? Möchtest du mich mit deinem Smog Mog abhalten? Mega Kick. Reicht eh nicht, aber trotzdem. Boah, mach gerade mal die Hälfte, ey. Puh. Nochmal? Oh, trotz Rauchwolke. Huiuiui. So, und noch ein Smog on. Ähm. Ja, die anderen sind halt alle Level 36. Ist ein bisschen blöd, aber... Bleibt nichts anderes übrig. Ich glaube, Linduqueen trifft wahrscheinlich nicht nochmal. Da gehen wir wieder auf Spezialangriff. Ciao, Smog on. Und noch ein Smog Mog. Okay. Aber wahrscheinlich auch Level 28. Vielleicht schafft Bailey das jetzt. Jetzt, wo sie Level 36 ist, könnte es klappen mit dem 28er Smog Mogs. Ja, sehr gut. Gut gemacht, Bailey. Ich hab mein Bestes gegeben. Geh, da kannst du auch stolz auf dich sein, wenn du dein Bestes gegeben hast. Wer bist du? Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Dann lass es doch. Dann probier es doch gar nicht erst. Warum willst du es dann probieren, Lionel? Ausgeraubt von Messi. So. Kapau. Kapau. Manky weg. Und was haben wir noch? Ein Rasav. Wollen wir es mit Snaggy probieren? Ich meine, das hat zwar noch die Kopfnuss von Relaxo drin, aber... Das solltest du trotzdem hinkriegen. Es ist nur ein Rasav. Das macht Raserei. Ja, selbst wenn jetzt nochmal Raserei... Ei. Energiefokus. Okay. Muss mal gucken. Ach, jetzt kommt die Verteidigungssenkung. Wirklich. Toll. Jetzt. Und geh... Du verdammtes Mistviech. Hast du ein Schwein. Genau 29 Lebenspunkte. Ach, Gott, oh Gott. Na gut. Ist nicht weiter schlimm. Ist schade um die Erfahrungspunkte für Snaggy. Na gut. Wenigstens Lindoqueen Level 35. Die Luft ist raus. Ja, meistens ist die Luft auch draußen. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen zweiten. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Lass mich raten. Du hast ein Maschok. Hey. German hat ein Maschok. Super überraschend. So, Bodyslam. Reicht mal wieder im Leben nicht. Ah, die Hälfte. Was haben die alle mit ihrer Gesichte? Ah. Mal wieder. Ah. Vergeltung. Ja, das könnte wehtun. Oh. Glücklicherweise nicht so effektiv. Sonst wäre das, glaube ich, wirklich sehr, sehr schmerzhaft gewesen für Lindoqueen. So. German auch besiegt. Hey, was sollte das? Entschuldigung. So, Freunde. Das war es dann für die heutige Folge. Wir gucken mal noch auf die Map. Vielleicht sehen wir da, wie weit wir hier am Radweg schon sind. Ich würde gerade am Rathaus sagen. Ah, fast auf der Hälfte. Fast auf der Hälfte sind wir. Aber den Großteil der Gegner haben wir halt schon hier oben besiegt. Und dieser 6er-Pulk, der ist halt wirklich der Großteil der ganzen, die hier oben stehen. Wir haben hier unten nochmal einen Nervigen. Der hat sehr viele. Vielleicht ist das wieder ein Fall zum Spulen. Aber auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge Fuchsania City erreichen. Und ich werde jetzt offscreen nochmal ins PokéCenter gehen, damit wir Snaggy dann zum Einsatz bereit haben, falls wir noch gegen ein paar Kampf-Pokémon oder sowas kämpfen müssen. So oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.